Hallo, wir haben Basketball gespielt. Danke. Es war mega cool. Wir haben Lichtathletik gemacht, Weitsprung, das hat mir mega gefallen. Die Anstrengung hat mega Spass gemacht. Ich fand es auch mega cool. Ich weiss nicht, wer gewonnen hat. Aber er hat auf jeden Fall Spass gemacht. Und man hat genau einfach nur Anflug in der Welt. Und vieles anderes. Zum Mittag hat es Tortellini mit Tomatensauce, Rahmsauce und Cinquepi gegeben. Und um die Nacht hat es Hamburger mit Pommes gegeben. Und es war mega cool. Wir haben gerade Ping-Pong gespielt und es hat mega Spass gemacht. Und den ganzen Tag haben wir mega Spass gemacht. Aber leider ist es schon der letzte Tag. Das heutige Abendsprogramm ist Unterabend. Also sagt das noch nicht so viel. Wir sind alle mega gespannt, was kommt und freuen uns. Und das auch schon gehört. Von den Allah. Daher hat eigentlich den Mann. Wie, der Mann. Die Mann. Und der Mann. Wurde. Der Mann.